Wenn ihr schon immer wissen wolltet, was eine Wixpedition ist und wie sie eigentlich funktioniert, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen auf einer Reise durch einen amüsanten Podcast. Heute Abend für euch bei der Wixpedition in der Außenstelle in Osnabrück wie immer der Jan. Hallo da draußen und in der Hauptstelle der Wixpedition sitzt wie immer der Chris für euch. Ganz genau, das ist aber ungefähr auch schon alles, was heute wie immer ist, denn wir haben heute gar keine Themen aus der Wikipedia heraus, denn über die Wixpedition gibt es gar keinen Wikipedia-Eintrag. Noch gibt es über die Wixpedition gar keinen Wikipedia-Eintrag. Richtig, ich denke, dass es spätestens dann erreicht, wenn wir unseren eigenen Stern auf dem Hollywood-Walker-Fame haben, dann werden wir als der einzige Podcast auf der Welt, der einen Stern auf dem Hollywood-Walker-Fame hat, in der Wikipedia natürlich vertreten sein. Selbstverständlich, genau so wird das passieren. Also, Butter bei die Fische, heute ist Metafolge, das heißt, heute geht es einfach um uns, um uns als Podcast, um uns als Leute, die den Podcast machen und um eure Fragen und Anmerkungen, die ihr uns so habt zukommen lassen in den letzten Wochen. Chris, wir haben es eigentlich in keiner einzigen Wixpeditionsfolge so richtig, richtig in Ruhe mal erklärt, was machen wir hier eigentlich? Also, zum einen, ich glaube, wir haben es mal erklärt, aber wir haben es echt so im Vorbeigehen erklärt. Wir wollten schnell anfangen, wir wollten zum eigentlichen Thema und jetzt mal wirklich so ganz runter zum Prinzip. Also, wir haben im Grunde uns Regeln am Anfang ausgedacht, bevor wir die Wixpedition gestartet haben, wie wir an neue Themen kommen. Wir wussten, wir wollten ein allgemeiner Wissens-Podcast werden, der sich nicht auf Themen beschränkt. Wir wollten gerne auch selber überrascht werden, selber auch mit Themen konfrontiert werden, wo wir nicht unbedingt die Kenne von haben. Also haben wir gesagt, gut, wir starten damit, dass wir in die Wikipedia gehen, auf den Knopf, ich möchte gerne ein zufälliges Thema haben drücken und dieses Thema bearbeiten. Und dann von dort aus immer derjenige, der das Thema gerade nicht vorgetragen hat, hat dann die Chance hinzugehen und zu sagen, ich klicke jetzt auf einen der Links in dem Artikel. Von da aus klicke ich auf einen weiteren Link in dem Artikel und der dritte Klick dann muss mich zu einem Thema führen, das ich machen möchte. Und das Ganze in der Wikipedia. Also, die darf nicht verlassen werden dabei. Ganz genau, so hat man einerseits das Ding, dass man schon ein wenig steuern kann, was man für ein Thema kriegt. Man kann sich schon bewusst dafür entscheiden, aber man ist eben nicht vollkommen frei in der Geschichte. Gut, also wissen wir schon mal grundsätzlich, warum wir ein so scheinbar chaotisches Muster an Themen für euch immer wieder haben. Interessant ist dann auch, dass wir uns am Anfang gar nicht Gedanken darüber gemacht haben, wie lang eigentlich so eine Folge sein soll. Wir haben uns gesagt, gut, wir haben Themen, wir machen was, wir sollten schon irgendwie über eine halbe Stunde hinweg sein. Aber es hat sich gleich am Anfang irgendwo gezeigt, wir haben unterschiedlich viele Themen in einer Folge. Wir haben, wie zum Beispiel in der dritten Folge, schon die Tatsache, dass wir drei Themen in einer einzigen Folge haben. Wir haben dann aber auch recht schnell den Fall gehabt mit den Folgen 18 und 19, wo ein Thema einfach zu groß war für eine Folge, womit dann zwei Folgen nötig waren. Das ist danach auch nochmal passiert und das wird sicherlich in Zukunft auch noch häufiger passieren. Das Thema bestimmt ein bisschen, oder bestimmt nicht nur ein bisschen, sondern das Thema bestimmt sehr, sehr stark, wie lang die Folge ist. Über manche Dinge kann man einfach sich trefflich sehr, sehr lange unterhalten und sehr, sehr viele spannende Dinge rausfinden. Andere Themen sind da eher kleinerer Natur und geben halt vielleicht auch nicht so viel Futter. Es sei denn, man ist schon wieder irgendein absoluter Experte in einem Gebiet, dann gäbe es sicherlich noch mehr zu erzählen. Aber wir sind ja nur Allgemeinwissensleute. Ganz genau, wir sind wissensneugierig, genauso wie wir uns unseren Hörer immer vorstellen. Und dementsprechend, wir sind einer von euch. Ihr seid viele von uns, könnte man sozusagen sagen. Und es ist eigentlich echt schön, auch immer wieder selber mit Dingen konfrontiert zu werden, wo man sich vorher noch nie was zu angelesen hat, wo man vielleicht sogar noch nie was von gehört hat und dann ganz neu in so ein Themengebiet eintauchen darf. Also für euch da draußen, es ist sogar schon vor diesem Podcast eigentlich so gewesen unter Chris und mir, dass wenn einer was Spannendes gelesen hat, erst dem anderen halt erzählt hat und der andere dann ganz gespannt zugehört hat und begeistert davon war, dass er gerade irgendwas gehört hat, was er vielleicht nicht kannte oder worüber er nichts wusste. Somit bestimmt das den Podcast ein wenig und wir haben dann, glaube ich, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen aus der Not eine Tugend gemacht, aber wir haben uns gedacht, vielleicht kann man bei solchen Gesprächen auch einfach mal ein Mikro aufstellen. Richtig und gleichzeitig gibt es einem auch mal so eine innere Rechtfertigung, sich mal doch noch vertieft damit etwas auseinanderzusetzen, weil man eben nicht einfach nur sagen kann, ich habe das gehört und ich finde das super, sondern man muss auch erstmal irgendwo jemanden auf den Stand bringen, dass er dieses, hey, das ist total super überhaupt auch verstehen kann und dass man das Ganze unterfüttern kann und genau erklären kann, wie kommt es dazu, worum geht es hier. Ja, jetzt hatten wir ja gerade die Halbzeitpause, jetzt fragt ihr euch, Halbzeit, sind wir hier beim Fußball, was ist hier Sache und warum eigentlich nach so einer krummen Zahl, warum nach 31 Folgen? Naja, das sind zwar 31 Folgen, aber wenn man mal genau durchzählt, dann wird der geneigte Hörer sehr, sehr schnell erkennen, dass wir in 31 Folgen genau 50 Themen behandelt haben. Und 50 Themen ist für uns die Hälfte einer Staffel, weil wir uns festgelegt haben und gesagt haben, eine Staffel der Wegspedition, eine große Wegspeditionsreise besteht aus 100 Themen. Richtig, ganz genau, dementsprechend ja, wir sind genau in der Mitte, das heißt aber auch nicht, dass zwingend die zweite Hälfte auch wieder 31 Folgen haben wird, denn wir wissen selber noch nicht, wie oft wir mehrere Themen in einer Folge haben oder Themen haben, wo wir mehrere Folgen brauchen. Ganz genau, das wird spannend werden, was wir da so ausgraben und worüber es sich auch sehr, sehr viel und trefflich lange reden lässt. Ganz genau. Chris, jetzt frage ich dich aber mal, weil das ist ja auch mit kurz reingekommen, was war bisher deine Lieblingsfolge und zwar einmal, was war deine Lieblingsfolge vom Zuhören und was war deine Lieblingsfolge von der Recherche? Puh, das ist durchaus nicht einfach, also Dinge, die mir bei der Recherche sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, sind eigentlich recht einfach zu bestimmen, da kann man in den Folgenkanon gucken, das ist nämlich sowohl Cyberpunk als auch Tower of London, also die beiden Folgen, wo ich mich einfach nicht dazu zwingen konnte, das auf eine Folge runterzudrücken, sondern einfach irgendwann gesagt habe, alles klar, du bist jetzt so über den Punkt, du wirst locker über eine Dreiviertelstunde hinauskommen, also mach es in Ruhe, mach zwei Folgen draus. Ja, die, klar, auf jeden Fall und davon würde ich dann wahrscheinlich sogar sagen, ja, Tower of London, einfach auch, weil ich da so unfinished Business habe. Wir haben ja schon dieses Hörerfeedback gehabt, wo schon jemand gesagt hat, Moment mal, du hast da gesagt, du hast noch nicht alles über das Thema erzählt, mach mal mehr. Diese Folge, diese Tatsache, dass da nah eine Nachschlagfolge kommen soll, weil ich damals schon gesagt habe, eigentlich wäre ich jetzt an der Stelle, wo ich über Mythen und über Geistergeschichten erzähle, rund um den Tower of London und aber einfach keine dritte Folge in dem Moment mehr machen wollte zu einem Thema, aber auch da kann ich jetzt schon so ein kleines bisschen in die Zukunft gucken, in meine Glaskugel und sagen, es wird irgendwann auch Ende Oktober sein, da ist Halloween und da passt so eine Nachschlagfolge mit Geistergeschichten und Mythen natürlich umso mehr und kann jetzt schon sagen, ja, unsere Halloween-Folge wird Tower of London 3. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ansonsten so zum Zuhören selber, muss ich sagen, ich finde es immer schön, wenn man so merkt, dass wir von unseren Aufzeichnungen wegkommen und plötzlich anfangen, über Dinge zu reden, weil sie einfach für uns was Natürliches sind und da muss ich sagen, bei der Ross-Kilde-Folge hatte ich das Gefühl, dass wir dorthin gedriftet sind, auch weil es für den Hörer sicherlich wahrscheinlich gar nicht so angenehm war, wenn er nicht gerade auch irgendwie Musikfan ist, weil wir dort einfach zusammen durch diese Liste durchgegangen sind von Bands, die auf dem Festival gespielt haben und immer mehr gedacht haben, meine Güte, das ist wahrscheinlich das eine Festival, wo wir auf jede einzelne dieser 49 Ausgaben hätten gehen können und bei jeder einzelnen Bands gehabt hätten, wo er gesagt hat, wow, die wollte ich schon immer mal sehen. Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Naja, eigentlich darf ich die Frage nicht beantworten, denn... Warum? Müsstest du mich sonst töten? Ja, so ungefähr. Oder wir dürften die Folge nicht veröffentlichen, bevor wir in die zweite Staffelhälfte gehen, weil wir haben ja schon, was die Themenauswahl angeht, ein kleines bisschen vorgearbeitet. Und die Folge oder das Thema, das mich bisher am meisten begeistert hat und wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, nicht weil ich mehr Zeit brauchte, um mich damit für die Folge zu beschäftigen, sondern weil es mich einfach so unglaublich fasziniert hat, das hört ihr diesen Freitag. Richtig, ganz genau. Und wo Jan gerade schon sagte, das hört ihr nächsten Freitag oder diesen Freitag vielmehr. Heute ist Montag. Freitag gibt es die nächste Folge. Das ist so, wie ihr es kennt aus der ersten Hälfte. Aber es wird sich eine Sache ändern. Nämlich am Montag drauf gibt es keine Folge. Die Montagsfolge fällt weg. Wir haben beschlossen, wir wollen lieber ein bisschen mehr Zeit in die Recherche, ein bisschen mehr Zeit auch in die Produktion stecken und ganz regelmäßig einmal die Woche immer am Freitag die neue Folge veröffentlichen. Richtig. Ihr habt ja auch schon gemerkt, dass gerade zum Ende der ersten Staffelhälfte doch so das ein oder andere Thema da war, was ein bisschen größer war, sage ich es mal ganz vorsichtig. Das ist einfach dann von der Recherche, von der Aufnahme her eigentlich gar nicht mal aufwendiger, aber auch hinterher in der Nachbearbeitung wollen wir das schon, dass es einigermaßen vernünftig wird. Richtig. Ansonsten aus der ersten Staffelhälfte, was mir von der Recherche, glaube ich, am meisten Spaß gemacht hat, das waren die Themen, wo man vielleicht auch sogar gemerkt hat, dass ich oder ich wahrscheinlich auch noch gesagt habe, dass ich einen gewissen eigenen Bezug dazu habe. Das sind nämlich die Themen Sporthauchen gewesen oder auch das Klavier. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was das Zuhören angeht, fand ich selber die Folge zu Grandmaster Flash sehr, sehr spannend. Die mir viel, viel Spaß gemacht hat. Und auch die Folge zum Hollywood Walk of Fame mit seinem verschwundenen Stern und unserem, der da bald irgendwann hinkommt. Da muss ich auch sagen, ja, das war auf jeden Fall auch eine schöne von der Recherche her, weil Hollywood Walk of Fame ist etwas, das wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, aber keiner so richtig mal dahinter geguckt hat, inklusive mir selbst, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt für den Podcast mir angelesen habe. Und das doch echt auch spannend ist, wie eine zunächst irgendwo in Anführungsstrichen billige Marketingidee zu einer weltweit bekannten Ikone geworden ist. Ja, jetzt haben wir 31 Folgen in der ersten Staffelhälfte gehabt, aber wir haben gar nicht 31 Podcast-Folgen veröffentlicht. Oh ja, das stimmt. Wir haben ja mehr veröffentlicht. Wir haben nämlich zwei Specials gemacht zu einem oder zwei Special-Folgen zum Thema The Witcher und wir haben ein Special gemacht zu dem allseits bekannten Ken Tyrrell aus der Formel 1. Jetzt sag einfach mal, warum die Special-Themen? Warum bauen wir es nicht ein? Das ist ja eigentlich relativ einfach erklärt. Wir haben ja vorher schon gesagt, wir haben uns ja einen Grundsatz gesetzt und selbst Regeln gesteckt, wie die Wix-Pedition funktioniert, um halt auch diesen Chaos-Faktor drin zu lassen und dabei halt auch immer die Neugier halt neu zu füttern, unsere eigene Neugier auch auf jeden Fall zu befriedigen und nicht nur über Dinge zu sprechen, wo wir uns schon total sicher drin sind. Gleichzeitig ist es aber auch einfach so, dass es manchmal wahnsinnig viel Spaß macht, wenn du ein Thema hast, wo beide drauf vorbereitet sind, wo beide wirklich im Grunde gar nicht mehr so großartig jetzt auch forschen müssen, wie im Falle von Witcher, wo wir beide halt eben doch an verschiedenen Stellen dieses Franchises damit schon in Kontakt gekommen sind, damit schon viel Zeit verbracht haben, dann noch mal hinzugehen, ein bisschen was nachzulesen und das Ganze dann erst zu Papier zu bringen und dann halt eben in die Sendung zu bringen. Und klar, das war eben dieser eine Punkt, wo wir gesagt haben, ja, lass uns mal ein Thema machen, wo wir wirklich länger drüber reden können. Wohingegen bei Kent Hurl, ich sagen muss, da war es dann dieses Ding, Formel 1 geht wieder los, das erste Mal so spät im Jahr. Wir sind beide bekennende Formel-1-Fans und das war für uns auch eine dieser Sachen in diesem bescheuerten Corona-Jahr, die wirklich komisch waren, dass einfach die Formel-1-Saison nicht losgeht. Und als es dann endlich soweit war und das dann auch noch genau in unsere Sommerhalbzeit gefallen ist, haben wir gesagt, komm, dann lass uns noch mal eben die Mikros nehmen und dann machen wir noch eine Folge halt mit dem Formel-1-Thema dabei. Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Kent Hurl-Folge, glaube ich, für uns beide auch noch mal die Möglichkeit war, ein bisschen Nostalgie zu erleben und sich in ein paar schöne Erinnerungen Ende der 90er zu begeben. Ganz klar, gar keine Frage. Es ist schon echt komisch, wenn man so jetzt zurückguckt. Einerseits fühlt es sich so an, dass wir gerade erst angefangen haben mit dem Thema Podcast und dann wiederum irgendwo 33, 34 veröffentlichte Folgen. Das ist ja im Grunde halt heute die 35. Folge, wenn man so nimmt, die wir aufnehmen an Episoden, die wirklich dann rausgegangen sind. Und es ist schon Wahnsinn, wie schnell das jetzt gegangen ist. Und wenn man dann auf diese Liste von Themen guckt, die wir alle schon gemacht haben, da fängt wirklich irgendwo im Kopf das Ganze sich so ein bisschen anzudrehen, denn das ist echt Wahnsinn. Und es ist schön, so was halt nebenbei zu machen. Denn klar, das ist bei uns beiden ein ganz kleiner Anteil des Lebens, irgendwo Podcasts zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist echt schön, wenn man so was kontinuierlich macht, zu sehen, wie es dann auch wächst und wie plötzlich eine Masse erscheint, die riesig wäre. Weil ich mir überlege, ich sollte jetzt zu diesen 50 Themen oder zu 25 davon anfangen zu recherchieren und zu schreiben. Das wäre schon echt irgendwo bitter. Und so muss ich sagen, nee, cool, auf jeden Fall. Und ich bin auch schon echt heiß auf die zweite Staffelhälfte, muss ich sagen. Ich glaube, da werden ein paar sehr, sehr schöne Themen dabei sein, mit denen wir und auch die Hörer sehr, sehr viel Spaß haben können. Richtig, ganz genau. Das war auch noch so eine Frage mit den Themen. Ob wir wirklich die Themen quasi immer erst auswürfeln, auswürfeln in Anführungsstrichen, beziehungsweise ausklicken ist es bei uns ja eher, wenn wir eine Folge aufgenommen haben. Und nein, das ist nicht so. Wir haben halt eine Liste, mit der wir zusammenarbeiten, wo wir halt dann quasi Themenpingpong spielen. Das heißt, wenn man sieht, der andere hat ein Thema eingetragen, kann man selber wieder hingehen und sich ein neues Thema suchen und das dann dort auch eintragen, damit der nächste wieder weiterforschen kann. Und da sind wir halt immer ein gutes Stück voraus. Also ich kann mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Momentan wissen wir schon bis Thema 78, was es werden wird. Und dann hat man schon mal so ein bisschen mehr Zeit, auch nebenbei zu recherchieren. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es so mit dem Recherchieren, dass ich das toll finde, zu wissen, ich habe irgendwie, was weiß ich, diese zehn Themen, die werden irgendwann auf mich zukommen, dass man dann auch einfach mal, was weiß ich, bei der Arbeit nebenbei YouTube irgendwie eine Dokumentation gucken kann oder generell die Augen offen hält nach etwas, was zu einem der Themen passen könnte. Obwohl man noch gar nicht jetzt explizit in der Recherche für die nächste Folge ist. Einmal das oder wir befinden uns hier in dem Medium Podcast, gerade im Auto. Wenn es ein Thema gibt, einfach mal in der Podcast-App der eigenen Wahl eingeben, gibt es da schon irgendwas zu und mal anderen Leuten zuhören. Das ist schon sehr, sehr spannend. Es ist natürlich so, dass die Wikipedia auf jeden Fall, weil es eben auch von dort ausgeht, schon einen Teil der Recherche mitmacht, beziehungsweise die Wikipedia ein gewisser Ausgangspunkt ist. Aber klar, ich nutze auch alles Mögliche, was ich finde und auch gerne schon weit vorher, wenn ich irgendwo zu gerade was Interessantes sehe. Klar, auf jeden Fall. Ich muss gerade mal kurz sagen, wir haben jetzt in der zweiten Staffelhälfte, wenn ich so auf die bisherige Themensammlung gucke, da sind ein paar Klopper drin. Da werden ein paar größere Themen bei rumkommen, glaube ich. Auf jeden Fall. Da muss ich auch sagen, das ist auch ein Ding, das sich vielleicht geändert hat, dass man schon so ein bisschen selektiver wird, wenn man Themen wählt. Denn, also ich muss von meinem Teil sagen, ich habe festgestellt, dass es mir im Schnitt mehr Spaß macht, ein Thema zu haben, wo man sich wirklich reingraben kann, wo man mehr zu erzählen kann, wo man auch aussuchen kann, welchen Aspekt von dem Thema man besonders beleuchten möchte, als ein Thema zu haben, das, was ich sage, Scharnier ist ein Ding, was man rauf und runter schieben kann, kann man eine Tür dran anhängen. Also Dinge, die man einfach klar direkt definieren kann. Das ist so ein Ding, wo ich eigentlich probiere, drum herum zu kommen. Es sei denn, wenn man dann feststellt, oh Gott, das hat aber eine fürchterlich interessante Geschichte, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das alles davor war. Also man liest schon vieles an, bevor man sich dann für ein Thema letztendlich auch entscheidet. Also selbst, da bin das sich fast etwas anders, selbst wenn ich das Thema vorher nicht wirklich kenne, ich wähle das Thema dann trotzdem ganz gerne mal erstmal aus, weil zu fast allen Themen oder zu allen Themen habe ich doch noch irgendwas Spannendes gefunden. Wir haben ein paar Testfolgen gemacht, bevor es wirklich mit der Wixpedition losging. Und dort, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an die Folge zum Luftballon. Dieser missglückte Weltrekordversuch mit den Luftballons, falls ihr jetzt wissen wollt, worum es geht. Ich glaube, das war das 1986er Milwaukee Ballon Festival. Ganz wundervolle Aufnahmen bei YouTube dabei zu sehen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es ist, wenn ein Weltrekordversuch in die Hose geht. Oder auch die Erfindung, wie jemand da drauf gekommen ist, wie kann ich aus Kautschuk einen Ball machen, den ich aufpusten kann und der flexibel ist. Selbst das ist noch witzig und spannend. Ja, ich muss auch sagen, da habe ich auch so schöne Erinnerungen an Krebs-Suisette. Das, was wir leider halt eben auch in den Testfolgen nur gemacht haben. Sonst wüsstet ihr jetzt alle, wie man ein Krebs-Suisette zubereitet, warum man es so zubereitet und warum es so heißen könnte. Eigentlich schöne Sachen dabei gewesen. Muss man echt mal überlegen, ob man irgendwann mal, was weiß ich, das vielleicht in irgendeinen Mitgliedsbereich packt oder so, dass man irgendwann noch sagt, hier sind die Lost Files, hier kann man noch mal das hören, was noch nicht eine echte Expedition war, was noch der Vorläufer war. Aber ja, gucken wir mal. Da sind sie auf jeden Fall. Man könnte sie irgendwann noch mal verwenden. Wer weiß, noch sind sie nicht vom Angesicht der Menschheit oder der Erde verschwunden. Die USS Akron. Oh ja. Das war ziemlich gut. Ja, das war wirklich gut. Vielleicht, also wir müssen mal überlegen, was wir machen. Entweder gibt es die irgendwann wirklich für gute Freunde sozusagen. Das wird dann so der, der, ich wollte gerade sagen, Uso, aber nein, wir wollen keine Werbung für irgendwas machen. Auf jeden Fall, das werden dann die Folgen für die guten Freunde. Oder wir machen irgendwann mal in irgendeiner Pause Classic-Folgen oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie werden wir diese Themen, glaube ich, noch mal machen. Denn recherchiert waren sie und eigentlich waren das schöne Themen. Waren schöne dabei. Einige waren von der Auswahl her nicht so gut. Die würde ich heute nicht mehr auswählen. Gucken wir mal, was wir damit noch machen. Richtig, ganz genau. Dann sagtest du ja vorhin schon, Wikipedia ist nicht das einzige Medium. Aber klar, Wikipedia ist natürlich, weil es ja auch zum Teil in unserem Namen mit drinsteckt, immer der Ausgangspunkt. Und wir haben eine Sache festgestellt in den letzten Monaten der Arbeit mit der Wikipedia. Die Tatsache, nicht alles, was da drinsteht, kann immer so ungefiltert stehen gelassen werden. Ich meine, das sollte jedem bewusst sein, dass das nun mal einfach ein Medium ist, das von vielen Menschen bearbeitet wird. Auf jeden Fall muss ich sagen, klar, die probieren dort einen super guten Job zu machen. Diese Community ist brillant. Und ich muss auch sagen, ich finde Wikipedia als ein Werkzeug etwas unglaublich Tolles. Denn ob ich jetzt irgendwie ein altes, in Büchern befindliches Compendium an Informationen habe, da weiß ich auch nicht, ob die Informationen alle richtig sind. Und da habe ich eigentlich heutzutage mehr Chancen, es zu finden. Aber wir haben auch direkt mal ein User-Feedback, wo es uns mal nicht aufgefallen ist. Denn uns sind schon häufig Fehler aufgefallen, die wir dann einfach auch so nicht weitergegeben haben. Aber einer ist passiert. Und zwar war das bei der Folge, wo es um den Trinity-Test und um die Glasfaser ging. Das war die neunte Folge. Und da hat sich tatsächlich ein harter Fehler eingeschlichen. Wo man auch, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hätte, wahrscheinlich auch gesagt hätte, Moment mal, das erscheint mir komisch. Denn da ging es um die Austrittsgeschwindigkeit von der Glasfaser aus dem Busching. Wenn du dich mal daran erinnerst. Wir haben darüber gesprochen, da hast du diese Glasschmelze, die liegt auf diesem Metallblock. In dem Metallblock sind Löcher. Und dort tritt die Faser aus. Und die Faser wird dann schnell rausgezogen. Und die Geschwindigkeit des Ziehens ist schneller als die Geschwindigkeit des Rausfließens. Und da in dem Zusammenhang haben wir gesagt und auch vorher gelesen, dass die Geschwindigkeit dort 500 Meter pro Sekunde sei. Das ist so wohl nicht richtig. Denn da haben wir vom guten Christoph eine Zuschrift bekommen, der uns gesagt hat, Moment mal, wenn man mal auf Herstellerangaben guckt und nicht auf den Wikipedia-Artikel und auch nicht auf die Quelle, die in dem Wikipedia-Artikel angegeben wird, stellt man fest, nein, das sind drei Kilometer pro Sekunde, 50 Meter pro Sekunde, mit dem es gemacht ist. Da ist eine Zehnerpotenz verschoben worden. Also sprich, das kommt mal immer verschoben worden. Denn sonst würde tatsächlich die Glasfaser mit 1800 kmh aus dieser Düse halt rausgerissen werden. Und das ist dann bei näherem Überlegen vielleicht doch etwas zu viel. Okay, aber aufmerksamer Hörer. Christoph, absolut Daumen hoch. Danke für die Korrektur. Ganz genau. Und das soll auch euch alle immer schön animieren, wenn ihr irgendwas hört, wo wir Blödsinn erzählen, wo wir Dinge nicht richtig erklärt haben, Dinge vielleicht auch nicht hinreichend erklärt haben. Oder ihr schlichtweg mehr Plan davon habt als wir. Korrigiert uns, ergänzt uns, schreibt uns Dinge. Wir freuen uns auch immer darauf, irgendwann mal mit Experten hier direkt live diskutieren zu können. Denn das haben wir, glaube ich, heute schon häufig genug gesagt. Eins sind wir nicht, Experten. Wir sind interessiert, wir sind neugierig. Wir machen gerne ein bisschen Forschung für euch und halten hier Woche für Woche unser kleines Referat. Aber wir beanspruchen dann nirgendwo Expertise. Wir holen euch gerne in den Podcast. Ich kann hier auch schon mal sagen, freut euch drauf. Denn in der zweiten Staffelhälfte haben wir auch schon, ja, in einer der ersten Folgen, möchte ich mal sagen, unseren ersten Gast in der Expedition. Richtig, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird auf jeden Fall super spannend. Da dürft ihr auch mal gespannt drauf sein. Denn das ist ein Thema, wo es wirklich schwer ist, einen Experten zu haben. Also wenn ich mir überlege, so von allen möglichen Themen, die wir hatten, was weiß ich, selbst wenn du guckst auf Luftfahrt oder auf Glasfasern und so weiter, da gibt es hunderte von Leuten, wo du jemanden finden könntest, der auf jeden Fall mehr Kenner hat als wir. Bei dem Thema ist es nicht so einfach. Da ist die Personenzahl tatsächlich überschaubar und wir haben einen gekriegt. Dementsprechend freut euch drauf. Lange ist es nicht mehr hin. Dann gibt es hier unser erstes Experteninterview zu hören. Ganz genau. Gut. Damit würde ich auch sagen, haben wir für heute genug über uns gesprochen. Und jetzt ist es echt Zeit, uns auf die nächste Folge zu freuen. Die nächste Staffelhälfte zu beginnen. Und eigentlich könnten wir euch auch schon die eine Folge verraten. Oder so einen kleinen Teaser. Könnte mir doch eigentlich schon geben. Das ist ein Thema, wo ich echt, als wir in der Recherchephase waren, mehrfach von Jan irgendwo so Nachrichten und Hilferufe gekriegt hatte von Moment mal, ich glaube, das Thema hat irgendwie größere Probleme. Kannst du mir mal eventuell das erklären? Oder wie soll ich das erklären? Ich stelle gerade fest, dass es mich wahnsinnig macht. An welcher Stelle bist du da angekommen? Und was war es? Na gut, dann verrate ich es euch. Also das Thema habe ich ausgewählt, weil ich es einfach spannend fand. Einfach nur, oh, super Thema, kannst du was zu machen? Und das Thema, um das es geht, ist die Enigma-Maschine. Also die Verschlüsselung von Nachrichten während des Zweiten Weltkriegs. Und ich habe unheimlich viel darüber gelesen. Und es ist ein großartiges Gerät. Und ich glaube, man wird auch die Tatsache, dass ich eine grundsätzliche Begeisterung für die Mechanik und die Idee dahinter habe, die jemand hatte, ein solches Gerät zu erfinden, dass ich das schon sehr, sehr genial finde. Freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf. Richtig, ganz genau. Ihr müsst jetzt nicht mehr mehr eine Woche warten, sondern einfach nur bis Freitag. Freitag in der Früh ist die neue Folge für euch da. Und wir können jetzt schon mal sagen, ganz viel Spaß mit der zweiten Staffelhälfte. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt es. Wir sind auf allen sozialen Medien mit unseren Kanälen vorhanden. Ihr könnt uns immer gerne auch eine Bewertung und auch einen Kommentar bei Apple Podcast hinterlassen. Ja, damit verbleiben wir für heute. Eure Wixpeditionäre hier im lauschigen Lotte der Chris. Und im schönen Osnabrück der Jan. Aber kurze Frage noch. Sind wir Wixpeditionäre, Wixpediteure? Was sind wir? Wikianer. Wikianer hatten wir auch schon mal. Genau. Vielleicht könnt ihr uns damit mal helfen. Was sind wir eigentlich? Sind wir Wixpeditionäre, Wixpediteure, Wikianer? Ja, helft uns dabei. Genau. Was sind wir und was seid ihr dann eigentlich? Denkt mal drüber nach. Ganz genau. Ja, mit dem Auftrag lassen wir euch jetzt in den Tag, in die Nacht zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, wo auch immer ihr uns gerade hört. Bleibt neugierig. Wir hören uns am Freitag. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.